So Vielen Dank Ach Jering möchte auch noch mit mir reden Immer gerne So hier wollen wir uns aber auch gar nicht so lange aufhalten Ja kann mein Typ nicht endlich malen. Ne ein Punkt fehlt ihm noch Oh Oh und Smart Charm Oh Das ist ein Typ So ein Palastkiller wollen wir einmal in der Mitte den Blickpunkt nennen. Und dann können wir auch schon wieder weiter. So ein Palastkiller. Dann werden wirot, also ein Palastkiller. Der Plastkenner ist auch sehr schön geworden. Den ganzen Detail. Und dann sind die Kollegen. Mein Segner ist schon wieder tot. Wer hätte es gedacht? Der ist ja ziemlich passiv unterwegs. Kleine. Am besten direkt eliminieren. So. Hier geht es jetzt weiter. Aber ja, da wollen wir doch den Kollegen nochmal wiederholen. So. 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 Das war's für heute. Die halten irgendwie schon relativ viel aus, ich müsste irgendwie mal einen besseren Boden kriegen. Das ist sehr praktisch hier in diesem Level. Ich weiß nicht, dass mein Kollege da hinten ist. auf einmal finde ich ja doch den Haufen hier ist es aber leider nicht oh und da liegt noch ein Raphir oh da liegt noch eine L-Trune hmmm ach, poli wollte ich doch gar nicht mehr sammeln so, nächster Versuch vielleicht hier oben ich habe immer noch kein Level nach dem nach dem nach dem nach dem Was ist das? Das klang nach einem Amulett. Naja, den Kältewiderstand kann ich gut gebrauchen. Aber ein Schlittflot reicht es jetzt nicht mehr. Ich bin der Kältewiderstand. Tia! 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 Was hat den denn da so fertig gemacht? Paar Käfer und Katzen? Kann das noch nicht sein. Kann das noch nicht sein? Die Kiste nicht mehr ab vorhin. Die FV brauchen wir leider vorhin. Dann spüren wir weiter. Man hat Mana. Not enough mana. ganz schön giftig. oh und da kommen jede menge geister Das war leider schon wieder alles was an mana dabei hat. Das war leider schon wieder. Was ist das? Was ist das? Was ist ohne Mana hier ein bisschen doof? Ich kann ja noch meinen letzten Blackpot trinken Was ist das? Was ist das? Egal, die Gräber haben wir jetzt auch gesehen Für Duriel brauche ich noch ein paar Level-Ups bis ich mich dahin traue Ansonsten macht er mich einfach mal fertig Die Quests haben wir jetzt auch so weit abgeschlossen Bis Duriel Ich muss noch den Stab mit ins Grab nehmen Hier soll ich noch mit ein paar Leuten reden Oh, Cain Das war schon alles Ja, es ist der Halbmond Und das ist alles was wir jetzt noch machen müssen Aber Da können wir uns echt noch einen Moment mit Zeit lassen Das werde ich heute nicht mehr tun Vielleicht werde ich dann bei Gelegenheit Und wenn ich die Quest abschließe Auch nochmal eine Aufnahme davon machen Wie ich Duriel kille Ansonsten hat man ja jetzt schon alles gesehen Wir gehen hier bis zum zweiten Akt Gleich werde ich das Zeug hier noch verramschen Und vielleicht noch ein bisschen expen Aber das Video beende ich hier an der Stelle Lasst doch ein Like und ein Abo da Wenn euch das gefallen hat Macht es gut und bis bald